Der Ebel weiß zu feiern, ja. Und wir Olli? Ohne mich. Das heißt, ihr steht der Sinn mehr nach einem romantischen Candlelight-Dinner mit mir? He, eher stürze ich mich hier in die Fluten. Prima. Olli und ich gehen jetzt zusammen baden. Wir verabschieden uns. Tschüss. Guten Abend und Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Danke. Danke. Ja, jetzt ist es aber auch mal gut. Ich freue mich sehr auf Wetten, dass mit Johannes B. Kerner. Johannes, ja, auch mit dem Theater. Soll ich putzen, verdammt. Ja, ja, ja. Und du, lach nicht so blöd. Räum lieber mal die verdammte Autotür weg.